So, 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 YouTube. Hallalo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder mittendrin. Ich hab gelernt Adel. Ja, das ist wichtig, dass ich das gelernt hab. Ja, ich hab aus Versehen die Mission getriggert, nicht? Ich wollte ja hier eigentlich... Gott! Ja, Gott, lass mich doch mal durch. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Oh, mit dem Fahrer. Äh, wer kann mir das Lesen beibringen? Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In U-Schütze lebt ein Schreiber im Ruhrstand. Geh zu ihm. Okay, U-Schütze. Wir haben was gelernt. U-Schütze ist nämlich auch so ein Dorf. Ob man Bernhard... Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Grundausbildung. Dürfte ich dich was fragen? Ich müsste gern... Ist Herr Hanusch ein guter Lehnser? Was hältst du von Herrn Ratzig? Was ist der junge Kampon für einer? Was wird aus dem Flüchtling? Pirkstein ist eine schöne Burg. Das ist eigentlich da. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Was ist der junge Kampon für einer? Wie ist der junge Herr Kampon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach. Aber da wächst er schon noch raus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Ratai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Was wird aus dem Flüchtling? Was wird aus den Skarlitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Er ist... Ja, danke. Das wäre alles. Mehr wollte ich nicht wissen. Äh, Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Sehr wohl, Herr. Okay, haben wir auch geschafft. So. Achso, du bist nur ein Bürger. Nee, mit dir wollte ich nicht reden. Du bist da leider... Mit dir wollte ich nicht reden. Leiper. Ihn finde ich am besten gemacht, den Charakter. Also so vom Gesamtbild. Der sieht aus wie fast eingescannt, nicht? Uch. Uch. Das ist auch nur ein Bürger. Boah, hier ist aber auch ein Verkehr. Die hätte ich ja zweiseitig gemacht. Ah, hier waren wir schon drin, nicht? Ah, nee, Küche. Aus dem Topf essen. Haben wir Hunger? Wir waren doch überfressen wie ein Schwein, nicht? Ja, nee. Das ist nur eine Bürgerin. Oh, hier. Das wäre mein Lieblingsplatz, glaube ich. Hier so ein schönes Fenster. Und hier Stream. Geil. Oder hier. Ah, das ist nicht ganz so schön. Stehlen wollen wir auch nicht. Aber wir wollen nochmal wieder unsere Trunkenheit ein bisschen hochbringen. So. Ein kleines Bier. Sei doch wohl noch genehmigt hier im Mittelalter. Ich meine, es ist immerhin gesünder als Wasser gewesen, nicht wahr? Keime wurden abgetötet. Ja, okay. Ah, hier dürfen wir rein. Hier ist nämlich nichts drin. Das ist die Schreiberhalle. Hier kann man lesen. Evan Dane Lindsay. Alexander Blumquist. Schloss knacken. Hier dürfen wir auch rein. Sehr gut. Schöne Buntglasfenster. Nur, dass sie nicht Buntglas sind. Aber die heißen doch so, oder? Die heißen Buntglasfenster, die nicht bunt sind, aber dieses Format haben. Rächter. Okay. Die haben doch auch einen Namen. Scherbenglas? Nee. Das ist doch irgendwas ganz Besonderes. Oh, da ist er. Dem wollte ich noch reden. Okay, er hat sich umentschieden. Was er auch für ein Gürtel anhat, nicht? Ein bisschen dekadent, der Junge, Herr. Okay. So. Wieder waschen, nachdem wir mit den Leuten geredet haben. Ah, schön. Okay, was haben wir denn für Aufgaben jetzt? Also, wir können zum Training gehen. Das wäre da hinten. Das wäre gar nicht schlecht. Weil das könnten wir auch erkunden, nicht wahr? Das ist hier wieder der Dingsi. Der hatte nichts für uns. Der Jäger hatte auch nichts. Und wir können durchaus die Schnellreise nutzen. Dann müssen wir nämlich nicht selber durch das Dorf laufen. Aber unterwegs können trotzdem Zufallsereignisse auftreten. Und gerade außerhalb der Stadt können einem Räuber oder andere Sachen auflauern. Dann kann durch Skates die Sache durchaus so ein bisschen, ähm, ja, verbessern, würde ich sagen. Oh, ein bisschen Seilball immer in die Tasche stecken. Oh, so viele schöne Kräuter. Wer sind sie? Bürger. Ist wieder ein Hund, ein Schwein. Wo sind die? Ah, da ist der Übungsplatz. Ach so, dann werden wir jetzt mal richtig üben. Kampfplatz. Grundausbildung. Dürfte ich dich etwas fragen? Ne, das hatten wir nicht. Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratz sich schickt. So sieht's aus. Das bin ich wohl. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen. Daher Ratz sich es wünscht. Ach, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Ein paar Dinge weiß ich. Ne, ne, ne. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Mach's gut. Okay. Zeig aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Stehe niemals still, wenn du kämpfst. Gut. Versuch jetzt mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Gut. Schön. Schön. Gut. Schön. Nicht schlecht. Genau. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Ja. Keine Zierde. Zang. Zang. Nicht schlecht. Die Quest kommt gar nicht hinterher. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander. Und halte nicht inne. Okay. Zuschlagen. 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 Worauf wartest du? Zuschlagen. 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 Okay. Wieder Ausdauer aufladen. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Sehr gut. Okay. Oh. Aua. Wo hält er denn seins? Ach, nach unten. Okay. Aua. Aber wegen der Stärke eine Stufe ist schon aufgestiegen. Wir haben einfach zu wenig Vitalität. Ich kann gar nicht so schnell die Maus bewegen. Okay. Wir müssen weg von ihm, um Ausdauer zu kriegen. Jetzt haben wir wieder. Verdammt. So ist das Leben. So ist das Leben. Versuche, wie etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt? Presch vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an, an der ich mein Schwert nicht halte. Nein. Gut. So ist's recht. Nicht schlecht. Schön. Genau. Gut. Lektion 2. Alles, was du bis hier über das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Gut, das reicht. Jetzt du. Der Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Nein, nicht so. Das Schwert nicht klar halten, sondern im Einklang mit dem Angriff. Ja, ja, ja. Das war zu früh. Okay, das hat geklappt. Ja, ja. Ich bewege mich gleichermaßen. Nein, nein, nein. Zu früh. Das mit den Blocken habe ich damit schon nicht hinbekommen. Ah, sehr gut. So ist's recht. Gut. Verteidigung gestiegen. Sehr gut. Ah, zu früh. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ich kriege immer Panik, nicht? Und dann drücke ich einfach. Au. Gut. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Okay. Von oben. Finde ich gut. Ah, das war zu früh. Nicht so verflucht. Ja, 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 nicht so. Erst wenn das grüne Symbol auftaucht. Sehr gut. Ah, schön. Aber das nicht im Verlangsamen hinzukriegen ist erstmal was, ne? So ist's recht. Gut, gut. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Ja. Okay. Aua. Ah. Das war jetzt nix. Er hat ins Leere geschlagen. Verteidigung steigt. Was will er denn? Wir kämpfen gerade so schön. Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzigs geschätzten Gast unterhältst. Nicht dasselbe wie einen Hammer zu halten. Was, Schmid? Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Bernhard. Schießstand klingt gut. Guten Tag, Sohn des Schmids. Guten Tag. Tut dir nicht weh? Wo waren wir? Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Greif an. Ich zeige es dir. Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, springt zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Wie springe ich denn? Nein, nein, nein. Nein. Nochmal. Genau. Okay. Mit Shift. Ah, Mann. Nicht so. Ja. Nicht so verflucht. Ja, du bist zu schnell für mich. Nein. Was? Was? Du triffst mich doch nicht, du Honki. So ist's recht. Ach, das ist jetzt wieder gut gewesen. Gut. Gut. Und nun etwas schneller. Versuch dich an den Rhythmus zu gewöhnen. Was für ein Rhythmus? Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst andere erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. Gut. Gut. Aua. Ey. Ich kann nicht zur Seite halt, irgendwie. Was ist denn nun los? Ey. Das reicht doch mal. Ey, warte doch mal. Ich komme halt von ihm nicht los. Au. Oh. Ah. Das war nicht ausgewichen. Ich komme halt einfach nicht weg. Au. Wie kann ich denn? Also, dadurch, dass es verlangsamt, komme ich in der Sekunde nicht weg, wo ich weg will. Dafür habe ich echt nur Rhythmus gefühlt. Die Aufgabe habe ich damals auch ewig nicht geschafft. Nur durch Glück, weil ich es einfach nicht kapiert habe, wie ich die Steuerung zu tun habe, nicht? Ich habe es nicht verstanden. Schön. Sehr gut. Auf einmal geht es. Die letzte Lektion für heute. Hä? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch es mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Okay, nochmal. Achso. So und dann. Okay, ich muss erst ändern, dann loslassen. Er ist zu schnell für mich. Nein, nein, nein. Genau. Gut gemacht. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug dazu. Aber nicht übermütig werden. Schwert ist nicht meins. Du magst talentiert sein, aber das allein ist nicht alles. Talentiert. Du musst oft und hart üben. Du kannst hierher kommen und mit mir üben, wann immer dir danach ist. Und du nichts Besseres zu tun hast. Ich kann dir bestimmt noch etwas Neues beibringen. Schwerkampf ist absolut nicht meins. Wir nehmen die Axt. Herr Ratz, ich verlangte auch, dass ich dir das Bogenschießen beibringe. Komm mit. Okay. Wir sammeln nebenbei natürlich fleißig Blumen. Weil wie immer in so Spielen ist eine Follow-Quest nicht. Der Charakter läuft einfach schneller. Irgendwo gab es eine langsame Laufentaste, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ah, hier. Äh, bei Caps Lock. Wäre cool, wenn das Spiel sagt, hey, benutze Caps Lock, um die Geschwindigkeit von dem Charakter zu matchen. Aber selbst dann ist er ein Stück schneller, nicht? Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, in dem es eine gute Folge mir-Quest gab. Entweder ist man zu schnell, man ist zu langsam. Man kriegt nie die Hälfte mit beim Reden. Das ist keine so schöne Mechanik in meinen Augen. Auch ein Klassiker ist, man kann auf Folgen stellen und dann bleibt man an der nächsten Kante hängen oder so. Und fällt da eine Schlucht runter. Auch immer sehr schön. Oh, stimmt ja. Oh, Kräuter. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas. Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen. Also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen da auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Ey. Wie ein Stück Feuerholz. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein, halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. So, das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Das war gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntöpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Verruge dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Richtig so. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut. Dann lass uns anfangen. Ähm, ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder buggt. Kann ich? Ah, ich hätte schießen sollen, während ihr redet, oder was? Hä? Wo ist der Bogen? Hallo? Bogen? Jetzt! Boah! Ging ja gar nicht gerade. Verdammt. Drüber ist gar nicht gut. Oh Mann! Der verzieht so krass. Wir brauchen Punkte. Okay. Irgendwie da, wo ich hinziele, er steuert da total gegen. Das nervt. Wir sind einfach zu schlecht, nicht? Wir haben halt keine Ausdauer. Er hat zwölf Punkte. Das kriegen wir nicht hin. Ich glaube, wir müssen schnell schießen. Ja. Sonst haben wir keine Chance. Nur sechs. Herr Hans, gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Herr Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Ja, super. Jetzt auch noch ein Schwertkampf. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Oh, da hätte ich blocken können. Wir müssen mal wieder aplanen. Ja, durchaus. Ah, ich hab doch gedrückt. Ah, ich hab doch Kuh gedrückt. Ich hab doch Kuh gedrückt. Okay, wir müssen mehr auf Kuh gehen, glaub ich. Jawohl. Agilität erhöht. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank. Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Toll. 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 So. Bitte lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Vorsicht. Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Jawohl. Melde dich beim Vogt. Wir kriegen eine Aufgabe nach der anderen. Mann, 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 Mann. Erstmal wurden wir verdroschen. Unglaublich. Aber das mit dem Bogenschießen habe ich nicht verstanden, dass ich schon schießen sollte. Er zählt die ganze Zeit. Oh, und hier. Und dann haltet er den Bogen so und dann legt die Armschienen an. Ich konnte nichts machen. Ich konnte mich ja nur drehen. Und irgendwie hat er den Bogen nicht gezogen. Und auf einmal. Ey. Ö. Ö. Das ist so ein bisschen zu wenig Zeit dem Spieler geben, der mit der Situation vielleicht gar nicht vertraut ist oder mit der Steuerung. So, da stand zwar, drücke zwei. Ich drücke zwei. Nichts passierte. Ich drücke zwei. Wahrscheinlich, weil er langsam den Bogen zieht, habe ich mit zwei dann wieder den Bogen eingepackt. Aber ja, das ist halt, wenn man es nicht kennt. Dann ist man es nicht mehr gewohnt. Aber klar, es ist halt realistisch und ich muss erst den Bogen ziehen. Aber man ist halt gewöhnt, drücken und hat die Waffe in der Hand. Das ist halt... Man ist verwöhnt. Man ist verwöhnt. Hier muss man ein bisschen runterkommen. Es ist das Mitte, Alter. Die Sachen funktionieren alle ein bisschen anders. Und unsere Sachen sehen wieder aus wie Scheiße. Alle Zerhackstücke von dem jungen Herrn. Hier ist auf jeden Fall viel Seil bei, ne? Das können wir gut verkaufen, glaube ich. Hier haben wir noch den Bauernhof. Und ein schöner Hügel. Ah, hier kommt auch der Weg an, den wir, glaube ich, gesehen hatten aus der Stadt. Hier geht es direkt in die Stadt rein über diesen Weg. Oh, Schirmlinge. Was haben wir hier? Waldgarten. Ringelblumen. Jetzt sind es so meine. Kräuterkunde erhöht. Wermut. Oh ja. Interessanter Ort. Okay, das bedeutet, irgendwo hier gibt es was. Okay, er hat sich hingesetzt. Das wollte ich nicht. Ich dachte, er gräbt da oder so. Manchmal ist hier irgendwas versteckt. Ich muss mir aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. Hm, wo ist denn der interessanter Ort? Ist das direkt hier? Anscheinend. So, irgendwo hier wird was versteckt sein. Nee. Nee, setzen sehe ich nur die ganze Zeit. Ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht einfach abstürze. Hier hinterher ist nämlich die Kante. Und auch noch Ringelblumen. Okay. Okay. Aber das ist nicht der Weg, der in die Stadt führte. Dachte ich. Man muss aber sagen, ist das einer der wenigen Spiele, in dem der Wald oder auch so ein Gestrüpp wirklich echt rüberkommen, nicht? Die meisten Spiele, da ist das sehr weit auseinander. Sehr wenig Unterholz, sehr wenig Gestrüpp. Hier kommt man teilweise durch dickes Gestrüpp ja gar nicht durch oder muss wirklich, ja, mit Geschwindigkeitsbußen kämpfen. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Manchmal auch sehr nervig. Und dann rege ich mich auf, aber es ist ja eigentlich wahr. Wer schon mal versucht hat, durch ein dickes Gebüsch zu kommen, der weiß, da rennt man nicht einfach mal mit 10 kmh durch. Unterkunft. Ah, guckt mal. Eine Schenke. Da können wir uns vorher waschen, bevor wir mit den Leuten reden. Wassertrog. Irgendwo. Irgendwas. Bei den Pferden. Komm, ihr habt doch sicher Wasser. Die haben nur so Bottich hier, aber nicht im Wasser-Dings. Ah, das ist schlecht. Bin ich dreckig? Weiß ich nicht. Wen haben wir hier? Dorfbewohner, Bürger, die Schankmaid. So ist es schon besser. Gütiger Gott. Was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Okay, wir sind dreckig. Lass uns handeln. Gut. Sie ist uns, glaube ich, aber auch nicht so gut eingestellt dann. Bier 1,2 hier nur. Oh, das ist aber gut. Aber wir haben noch ein paar Bier. Bier ist das, worum ich mir am wenigsten Sorgen mache. Räucherwurst, Salami, Speck, nicht? Die Standardsachen. Und den Rest kauft sie nicht. Wir können hier aber die Brötchen hier verkaufen. Die esse ich nicht mehr. Die Salami ist auch nicht mehr gut. Was soll ich damit? Und das verschenken wir hier. Versprechen wir den Preis. Nun versuchen wir es. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Danke. Tausend Dank. Verbessert unseren Ruf. Und wir haben damit auch kaum was verloren. Schlossknacken. Aber wir sollten unbedingt uns irgendwo waschen. Ja, ja, Herr Wirt. Er wird dann gleich durchdrehen. Ich kann ein Wasserbottich... Hier hinten. Dann sehen wir halbwegs vernünftig aus. Schauen wir mal noch ein Spiel. Beste Grüße. Willst du eine Runde würfeln? 50? Nee, 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 nee. Aber wir brauchen ein bisschen Geld. 11. Bisschen Risiko. Muss sein. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich fange aber wieder alles. Hoffe ich doch. Für den Anfang nicht schlecht. Scheiße. Erster Wurf gleich nix. Die Würfel sind gezinkt hier außen. Ah, guck mal. Er hat gezinkte Würfel. Wirklich. Das war's. Die farbigen Würfel sind gezinkte Würfel. So ein Arsch. Okay. Hätte ich das gewusst. Der bescheißt natürlich. Der kriegt immer eine Eins mit dem ein. Kacke. Das war's für mich. So, das heißt, wir müssen jetzt ganz viel Glück haben, um das auszugleichen. 400. Mit 400 komme ich nicht weiter. Da ist es schon. Du schreckst vor nichts zurück, was? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das kann doch nicht ewig so gehen. So, jetzt fern wir aber auf. Äh, den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch. Und, äh, 2300. Boah, in einer Runde. Gutes Glück. Gegen den gezinkten Typen. Shit. Ja, aber er auch. Jetzt du. Aber wir haben immer noch mehr. Jetzt noch ein Tausender hinterher. Einen guten Taui oder so. Ja. Mit zwei Fäte. Das wäre auch cool gewesen. Noch eine Straße. Ach, shit, ey. Ach, komm schon. Lass mich wieder würfeln. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie sagt man? Du schreckst vor nichts zurück, was? Okay. 300. Ich nehme sie einfach. Empfehle nur noch 1400. Das kann man erwürfeln. Das war's. Das Gute ist, zwar kriegt er immer eine 1 oder eine 5 mit seinem Würfel, aber es hilft ihm nicht immer. Oh, jetzt eine 4. Nicht? Die sind also nicht so gut. Ich glaube, es gibt noch bessere gezinkte Knochenwürfel, oder so. Und der gute Würfel ist schon draußen. 2000. Wir führen auf jeden Fall. Also gegen den habe ich jetzt gerade so eine Leidenschaft entwickelt, einfach zu gewinnen. Wegen den gezinkten Würfeln. Gut, wenn er in der Stadt damit erwischt wird, nicht? Dann sind die Hände ab. Ein Bier bitte. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, hat schon recht. 300. Ja, komm. Wir haben nicht so viel Glück. Das lässt da stehen. Sehr gut. Oh, das ist super. 400. Ich gehe nicht weiter. Ich bei zwei Würfeln. 700 fehlen uns noch. Wir fehlen genug. 800. Er hat gewonnen. Scheiße. Heilige Scheiße. Und wir brauchen nur noch 700. Ein Bier. Oh ja. 400. 400. Es ist so, wir haben 550. Aber ich kann nicht noch mehr würfeln. Nicht mit einem einzelnen Würfel. 1500 ist nicht unmöglich. Da sind sie. Hat gewonnen. Scheiße. Genau, was ich wollte. Beste Grüße. Hey. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich wollte eine Runde mit dir reden. Er hat mich einfach übers Ohr gehauen. Ich kann ihn leider hier nicht vor den Leuten umhauen. Dann trink mal ein Bier. Ich habe gern mit dir geredet. Ich habe gern mit dir geredet. Ja? Ich gehe doch nach Hause. Ja. Fühlst du dich verfolgt? Ja, was kann ich so gucken? Na ja. Der Glückliche. Hat uns um 11 Taler beschissen. Würfelt der 5 Fünfen. 5 Fünfen. Das kann es doch nicht sein, wo uns nur noch 300 gefehlt haben. Hätte ich das gewusst, nicht? Wäre ich auf Risiko gegangen. Dreck. Dass man keine Bären pflücken kann im Spiel. Das wäre was, was im zweiten Teil noch dazukommen könnte. Für mich müssen wir doch dem Pischek fragen, wie er uns beibringen kann. Ähm, ja. Ein bisschen Schlösser knacken. Nein. Wenn man die ersten Banditen zusammenkloppt, dann kriegt man eigentlich relativ gut Sachen. Und wenn man dann eine Jagdlizenz oder sowas auch noch hat. Oder auch Jagdgebiete. Dann kann es auch dazu kommen, dass man relativ schnell zu viel hat. Also zu viel hat man nie. Muss man auch dazu sagen. Das Spiel ist eigentlich gut da drin. Ähm, dass Sachen teuer genug bleiben. Oder auch die Menge der Sachen, die viel kosten, nicht? Allein die, die ganzen Tränke kosten 20.000 Gold oder so. Und du brauchst auch mal Gold zwischendurch. Oh, hier ist der Abgrund. Also das ist auf jeden Fall... Ne, ist nur Löwenzahn, nicht? Ah, ich dachte, das Weiße kann ich auch noch irgendwie einsammeln. Ja, schade. Eine Mondblume. Äh, und wir wissen, was wir jetzt machen müssen. Sonst müssen wir wieder zahlen. Keine Wache? Okay. Du bist ohne Dings unterwegs. Die gehen auch ohne Licht. Verhaftet sie. Du gehst auch ohne Licht. Ist noch nicht so spät. Jetzt holen sie alle ihr Licht raus. Du gehst auch ohne Licht. Du auch. Wer bist du? Wolfram Bruder. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Lebe wohl. Gibt auch noch keine Quest mit ihm. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Zu Theresa. Legen und schlafen. Das war ein erfolgreicher Tag. Es ist viel passiert. Wir haben mit den Königen der Umgebung geredet. Wir haben, ja, Schwertkampf gelernt. Wir haben den jungen Hans Karpon wegen seinem Schwerkampf besiegt. Wenn schon nicht im Bogen schießen, was irgendwie leicht angepackt hat. Ich weiß nicht, warum ich den Bogen nicht ziehen konnte in der ersten Runde. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, würde ich sagen. Wir haben viel Geld verloren. Gerade jetzt nochmal 10 Groschen, 11 Groschen an dem mit den gezinkten Würfeln. Aber ich würde sagen, dann spielen wir nochmal mit den normalen Leuten hier in der Stadt, die keine gezinkten Würfel haben. Eigentlich wäre es besser, wenn man erst eine kleine Summe setzt und dann eine große, nicht? Gut, 10 Groschen. Sind wie viel? Zwei Minuten Kräuter sammeln? Nicht mal. Wir sind so gut im Kräuter sammeln, das ist wahrscheinlich eine halbe Minute mit Sammeln und Verkaufen insgesamt. Ja, aber sehr, sehr dunkel auf jeden Fall. Mit so einem Licht hat man wenigstens so ein bisschen das Gefühl, was zu sehen. Und man muss immer aufpassen. Ach, der Hano schon Leibbar. Ohne Leibwache unterwegs. Okay. Er muss sich sicher fühlen. Ich fände cool, wenn es noch so ein Spiel wie Kingdom Come Deliverance im Jahr um die 1000 oder 800 mal geben würde. So noch ein bisschen runtergerechnet, nicht? Also Männerlords ist ja auch irgendwie 1300 in den Franken. Und das hier ist jetzt 1403 in Böhmen. Alles immer so die ähnlichen Regionen. Die Regionen sind aber durchaus sehr, sehr gut. Aber die Zeiten vielleicht werden auch noch cool. Vielleicht noch eine neue Serie von Warhorse wäre auf jeden Fall was wert. So. Gleich sind wir zu Hause. Und diesmal spreche ich nicht mit einem Trank vorm Schlafen gehen. Ich bin ja nicht blöd. Also zweimal weiß, aber diesmal nicht. Unterm alten Eichenbaum. Den sind wir fast abfackeln. Ähm. Also kein Wunder, dass es früher mehr Feuerwehr brauchte, wenn man mit offenem Feuer hier rumrennt. Ihr seid alle noch wach in Mitternacht. Na ja, gut. So, Fackel weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Und wir schlafen bis sechs. Bis dann.